Und willkommen zurück zu eurem Dribble D in South Park. Verrückt. Das ist dick auf Verrücktheit. Hey, hallo, ich will mit dir reden. Hallo, hallo. Oh, Mann. Oh, was ist hier? Ach, es wird hier, du Schlampe. Okay, wir gehen mal hier in das Gebäude ein. Was gibt's denn hier so feines? Ich muss eigentlich mir was zu trinken holen. Na, holt ich mir gleich. Weil meine Stimme... Das ist dann so nach wie man wahrscheinlich hört. Ah, die Frisse, ey. Möchtest du Spaß? So. Möchtest du schon mal? Schwertgriff. Alter, Fall da, Alter. Ähm, ich mach kurz ein... Ja, direkt am Anfang der Aufnahme, egal. Äh, kurz Cut. Ich... Oh, mal kurz was zu trinken, sonst geht's so nicht weiter. Alles klar. Ähm, jetzt ist meine Stimme auch ein bisschen kräftiger. Jo. Ja, willkommen zu Hause. Ah, äh. Da haben wir schon mal zerstört hier. Oh, mein Günes. Oh, ich geh zurück weiter. Ey, hier gibt's so eine große Welt. Das hier ist der Marktplatz. Weit, gelangt. Ups. Supermarket. Ach, ich kann mal was trinken, ey. Zack. So, erst mal alles kaputt machen, wie so ein Hooligan. Faschuhmusik hierher. Na, es gibt's. Hi, habt ihr... Hi, habt ihr... Ne, ist bitte nochmal den Text da runter. Hi, habt ihr accidentally get someone pregnant? Oh, wow. So, also, also, da ging es. Äh, habt ihr das gerade auch ge... Ne, ne. Habt ihr aus Versehen jemanden geschwängert? Oder soll ich den echt auf FKs nehmen machen? Ich weiß nicht genau, wie ich die teile. Hey, kleines Kind. Ich schreibe mich nur diese Uhrzeit an. Oh, warte Sekunden. Na, wir sind direkt hier voll am Chatten nebenbei. Nein, Spaß. Ähm. Foto-Dojo. Off. Gott, heute ist Tag der Katerei. Ich muss kurz was klären. Ah, geklärt. Ich bin jetzt hier. Schleifervo. Für Männer. Hehe. Scheiße ist Canon. Äh, wieder ne. So, es geht's. Hey, siehst echt gut aus. Ja, ich werde Model. Ich werde Model. Oh mein Gott. Ende Folge. Oh Gott, sind alles Folgen aus South Park. Insider, wo von South Park, wohin du guckst. Okay, in einem South Park Spiel. Oben die Folgen, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, warte mal. Ey, geht's erstmal mit 40 Stägerei mitten in der Kölner Innenstadt. Da kommen wir nicht, hol ich den Bogen weg, mein Freund. Feuer! Batas. Hammer der Gerechtigkeit. Jetzt. Äh, wie geht denn das? Jesus Christ. Moment, hat er ja. Gott des Willen, ey. Oh mein Gott, erst mal jetzt mal. Oh, ich schloss die Fratze. Bei der Gerechtigkeit habe ich nicht mehr genug Warn dafür. Wie zu spät, ich schaue da direkt drauf. You're mine now. Hey. Ich hab's nie gesagt. Uigster. Batas, nein. Alter, es reicht. Da nicht. Verpiss dich. Heilige Berührung. Ja, machst du super, find's toll. Dann musst du dir mit Autor jetzt schaffen. Oh, Buttaz. Buttaz, nein! Buttaz, was machst du? BAM! Mensch, Buttaz, Buttaz, ey. Du brauchst Kinder zusammengeschlagen, läuft. Du brauchst dich mit deinem Level. Oh Gott, du brauchst dich. Du brauchst dich, ja. Vielleicht kommt da noch was. Innenstadt Osten. Na du, hallo. Hey du, hi. Ich bin hier an der... Sowieso mal, ich geh nach rechts. Schön über den Zebrastreifen. Wie zivilisiert du Leute? So muss das. Terrell zu Philipp. Einfach reingehen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Jawohl. Du brauchst dich, nee. Nee. Ich bin kein Gehirn. Ich bin kein Gehirn. Ich bin ein Gehirn. Ach. Ich bin ein Gehirn. Okay, ich geh mal wieder raus. Das ist echt verstörend. Hey, okay, du willst einen Film sehen? Oh, das ist genau, du kannst. Ich bin ein Gehirn. Ich bin ein Gehirn. What the fuck? Ich bin super wichtig Schweinebärmann Ach der Schweinebärmann Oh mein Gott Das gefreut nämlich auf Facebook Ich bin super cereal Hurry Wir müssen wissen, ob ManBearPig hier ist oder nicht Wir versuchen alle meine Hausaufgaben fertig zu machen Na dann beeil dich doch so Und die Familienunternehmen ist auf dich Erstmal ein paar Leute schlagen Du solltest etwas Kaffee versuchen Es gibt dir den Weg, den du brauchst, um zu bleiben Neue Nachricht von... Hallo mein junger... Mein junger Freund Hier spricht Al Gordon, das bin ich In dem Profilbild, ich rede gerade mit dir Oh Gott Ich fass auf Ah wieder eine Terrasse für die Tasche Da sind immer gute Sachen drin Zack, die wollen einfach nur was essen und ich... Ey Tweak, ist alles in Ordnung? Ah der ist das Tweak, dieser Epileptiker Ach oh Gott, weil der zu viel Kaffee trinkt, warum wohl? Ey läuft Ah, ah, die Jungs brauchen mich jetzt Auf keinen Fall, Mann Ich hab viel zu viel zu tun Wie soll ich das noch schaffen, Mann? Warte, du... Könntest du um die vier Lieferungen für mich gesaugen? Also tust, kann ich meine Arbeit erledigen Bitte, bitte, bitte Du musst zu Candy's Haus, wie immer Du gibst denen das und dann hast du es Mehr Kaffee, ich brauche mehr Kaffee Mehr Kaffee, ich brauche mehr Kaffee Shajajajaja Schajajaja Also da... Da ist ja der Imbegriff von inter... Äh, von Hyperaktive Gut... Ja mein erstes Ziel erreicht Jetzt muss ich Quests Schweinebeermann Ah komm, geh mal den Schweinebeermann besuchen Was haben wir da? Was haben wir da? Wieder so ein Ding? Übrigens finde ich, egal wie behindert das Spiel ist, die Musik ist super geil Komm ich da ran Ich bin auf der Felder, was du schon verwickelt hast, was fragen die hier alles? Oh, son of a bitch Ja, Schnellreise ist fertig Oh, nee, komm Ich mach dir einen guten Preis Ausrüstung Trainingshandschuhe Waffenaufsätze Kostüm flicken So, was haben wir jetzt bekommen? Gut, das habe ich Swag Retro, ja, es wird ja richtig getwinkert Was soll ich gerade machen? Das geht bei der Freude Das ist der Abteurer Los, los, los Danger, da kannst du nicht weiter wegen Ratten Oh Okay, der Unzug Obdachlosen, oder? Hey, aus meinem Platz Angewidert Alter, Falter Alter, ich kämpfe gegen Obdachlosen Haben sie überhaupt keinen Ach, South Park, frage ich auch noch Tollwütige Ratte, oh nein Störb Ja, das ist cool Ja, freut mich Ah, mehrmals Singsklick, achso Fektor, Penner Hey Nochmal Feier, komm, brennen Ich bin zu brennen Und jetzt Ich verpasse ihn den Rest, Batas Zu früh, scheiße Batas Störbst du in jedem Kampf, oder was? Du Memme Oh oh Jetzt rastet er aus, der Betrunkene Jetzt rastet er aus Jetzt rastet er aus Aber jetzt werde ich ihm den Rest geben Sauber gemacht Sauber gemacht Solide gelöst, meine Damen und Herren Alles klar Das hat der Obdachlose so dabei Benutzte Spritze Alter, die sind so krass Die Hersteller von dem Spiel So skrupellos So Was geht ab? Auf zum Meermann Ich werde ich kriege Ah, ne Kuh Do it yourself Keine Kuh Kühe umstupsen Wie geil, ey Kühe auf der Weite umstupsen Wie geil ist das denn? So, dann auf geht's Was geht ab? Was geht ab? Alter, ich bin zu bescheuert Was soll ich hier oben? So Alles klar Hab ich doch Ist ja noch erfolgreich beendet Wo muss ich das nächste Mal hin? Ach Das kann er da Oh, 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 oh Wir müssen weit weg zurück zu Tokens Haus Statt Und Kennen ich's Haus Moment mal Oder was zu betätigen Geht nur schade Und weiter geht's Auf wieder zurück Nach Hause Ah, da können wir uns von Können wir uns von den Behinderten ablohnen lassen Von Timmel Timmel Na, aber klar Das ist Count Oh, Gott, ey Ich hab ich das Verlangen einfach danach Was ist das denn? Pisser Oh, oh, tschuldigung Feuer 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 Zeig dir Spassi Weil wer Das Sagen In unserem Kaffdorf hat Stein kaputt Scheiße Wichser mit Stein Was ist das denn Eigentlich Das Kaffdorf Oh, betäubt und dann Krass Ich hab mich nicht zu sehr verletzt Sorry, but we can't be friends until you have more friends Sorry, but we can't be friends until you have more friends Ow Warte, geht's Jimmy's Jetzt kommen wir noch rein Oh, noch nicht Äh, ja Warum Hi, hi Freundschaften gerade erst Vorzeile Loll, nächster Bonuspunkt Alles gleich Oh, sind wir hier Betsy Donovan Eine Toilette Ah, fang Warum ist das doch ein Schüssel Oh, ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Wusste gar nicht, wenn man die anschießt What the fuck Hey, du bist mein Freund Jetzt Tschüss Tue hin, Krone Wie geil ist das denn Man kann schon an der einen Stelle Ich weiß wo, okay Dann nochmal wieder zurück Okay, ähm Wir sehen uns im nächsten Fall Glaub ich Bis zum nächsten Mal Bei eurem Tschüssi